Hallo Leute, hier im Video 12 Location Lagerverteidigung und beim Lager verteidigen seht ihr unten immer, dass dort steht Verteidige den Lagerplatz. Die erste Location, die ihr hier im Video gesehen habt, das war nördlich von Armadillo und die haben wir auf keiner anderen Karte bisher gesichtet, deswegen eine kleine Premiere. Die hatten wir schon zweimal die Location und wer ganz viel Glück hat, kann auch beim Lagerverteidigen eine Schatzkarte finden. Das Glück hatte sie hier auch bei Citadel Rock in der Nähe von Valentine und hier sehen wir auch in der Karte Blue Water Mesh und in der Nähe der Emirate Station. Hanging Dog Range haben wir dabei, Citadel Rock hier in der Mitte und dann noch eins in der Richtung von Rhodes und bei Tumbleweed sind zwei Stück Mantica Forts und hier nördlich von Armadillo. Das ist das, was ihr in der ersten Einstellung gesehen habt. Das ist das Lager, was wir noch auf keiner anderen Karte gesehen haben. Extra für euch 12 Location hier im Video und ich sage Tschau. Das ist das Lager, was wir noch auf keiner anderen Karte gesehen haben.